Super, jetzt habe ich das C4 nicht gezündet, es liegt auf dem Stunty 2 C4. Ja, dann schieß es dran. 3 C10, du sagst, könntest du da wieder fast? 3 C7, Alter. Du könntest schon wieder wagen. Ja, aber es ist... Du kannst wieder hart am Sack lutschen. Am Lutschen. Ja eben, um Sack mit den Eiern. Und wir haben doch wieder alles, außer A. Ja, das hole ich mir dort. Das suche es zumindest so genau, wahrscheinlich sei jemand mit Battle Juice und küllte mich innerhalb von 0,002 Sekunden. Mann, das war meiner! Nein! Nicht töten! Oh Mann. War meiner nicht töten. Ich finde ein C, verteidige mal C-Foto. Verteidige mal C-Foto. Ja, ich kann schon mal eine Massac-Foto. Ich will Kills machen, da unten sind welche. Die ist ein krank, die müssen wir töten. Weiß wieso, was wir denn töten? Du hast gerade ein Jetpack gehört. Fahre jetzt. Ich habe den Sanderer gefunden. Oder nicht. Dann töte er es. Ich allein und gegen einer mit Einsatzhöfer. Ist doch leicht der, oder? Dann ist er viel in die Hand. Und trete es ihn, ja, ja. Ich gehe mal gucken, ob er sich treten lässt. Oh, das ist ein Gegner. Oh, das ist ein Zweckgegner. Natürlich, ne? Ah, der schießt so. Er hat sich treten lassen, aber er war nicht ganz so davon überzeugt, dass er sterben muss. Er brennt. Weil er brennt nicht, er raucht. Nicht, er ist nicht. Vielleicht, er ist so viel eingepackt. Sehr gut. Wussten der? Ähm, da, wo ich bin. Okay. Also, am Arsch. Direkt unter den Bäumen. Jetzt bin ich tot. Aber ich habe eine 6.12. Ja, direkt unter den Bäumen. Ah, da ist er. Oh mein Gott. Ja, das waren einige, die gespawnt sind und jetzt bin ich tot. Ich weiß, ich komme mit, machen wir zusammen C4 Action. Wir haben ja die Station safe, deswegen. Sind wir überhaupt richtig? Nein. Habt ihr mal verkehrt gelaufen? Ja, ich muss auch mal sagen. Ja, muss auch mal sagen. Und für den C4 ist es jetzt egal, mir geht es erst mal in Sonne killen. Ja, das ist der oberste Priorität. Das ist, dass du hast die, ist das die Eier. Die Eier. Ja. Ohne die Eier geht nix. Ja, eh, wenn du keine Eier hast, dann bist du scheiße. Ja, das ist halt dann die... Bist du da? Ja, ja, wie in Planets halt halt, ne? Zwei sind drauf. Ah, das ist einer. Kann ich? Zwei. Naja, fuck. Zwei habe ich gezündet, aber er ist immer noch da. Ach ja, weil ich nicht gezündet habe, weil ich mich erst verteidigen musste, weil vor mir am Plätzchen mal gestand. Nochmal. Ja. Wir haben sie ja, ne? Die haben es halt. Nein, wir haben nur noch fünf Minuten. Sex. Ja, und? Ich muss halt ein bisschen länger. Ja, ich muss halt auch wieder. Mach's so lange, bis das an der Down ist. Bis die Eier tot sind. Hm, alter Schwede. Vielleicht sollte man von hinten ran gehen. Da war ich mal und du bist, ich war ein Vorm Jahr. Wow, toll, Alter. Pass auf, ne Wellkür hinter uns. Ja, der hat schon auch dick geboten hat. Ich bin mal safe hier. Da ist er noch mal, also nur unserer. Bist du da? Ja, ich bin hinter dir, Alter. Ist er weg? Nein, da sind wir da. Ah, hilf mir. Was ist hier? Ja, du gehst zu viel in den All. Ja, ne, halt deine Waffe, ey. Soweit haben wir es zu viel nicht gezündet. Es liegt auf dem Stuntif 2C4. Ja, dann schieß es drauf und dann bumm. Mach du, du kannst da drauf schießen. Ich bin tot. Ach, fuck. Also noch einmal. Das Ding, hörst du mich. Das ist die ganze Zeit vor mir, weil man steht. Jetzt, warte, mach mal langsam, bis ich hinter dir bin. Erst mal zählst du halt nicht, wenn ich schon da bin. Guck mal, ob meins noch drauf liegt. Was nicht, die spawn ist, wenn ich spawn, oder? Ja, glaub schon. Ah, links war noch einer. Wird sie? Ja, wenn du in Tour reingehst, dann ist links einer. Na, einer ist schon gerade gestorben. Ja, den habe ich gekillt. Ich treffe die Tür nicht mehr. Du kriegst die Tür nicht zu. Ne. Oh, da kommt einer. Wo? Hauptding, wo du reingehst. Ich habe markiert. Ich komme diese Treppe hoch, Alter. Äh, ich sehe. Ich komme jetzt auch. Bin tot. Ich habe die Hälfte noch. Stell ich zu. Die Treppe runter oder nicht? Ne, komm hoch und hol mich. What the shit. Ja, Shotgun aus 20 Minuten Fähnung, ey. Tato 6. Fickern. Okay, C4. Ich bin überspringen. Schon wieder? Ja, wir müssen irgendwas machen. Ja, gut. KT sehe ich schon. KT ist eher am Sack. 0,3. Oh, da bin ich sogar besser als 0,4. Also nicht das Pech, wo das... dass ich... einer vor mir steht. Komm, außenrum, 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 hier rum, ruhig rum, andersrum. Folgt mir, folgt mir. Folgt mir, ob das jetzt mehrere sind. Folgt mir. hier rum, hier rum, hier rum, hier rum. Ninja-Style, Ninja-Style. Bist du hinter mir? Hier runter, hier rum, hier rum. Ja, runter, genau. Hier sammeln. Komm, langsam. Sch, leise. Lass ihn laufen, lassen laufen, lassen laufen. Duck dich. Duck dich, alter. Nein, 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 nein. Da ist noch einer. Da sind mehrere wie einer. Mehr für Granate. Mehr für Granate. Okay, wir wurden entdeckt, wir sind tot. Warum? Ich lebe noch. Komm, Attacke, Attacke. Nein, tot. Hä? Nein, ich lebe noch. Ich lebe. Warte. Komm schon. Komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Ja, lösst du mir. Zünden wir, zünden wir. Jawoll. Jawoll. Jetzt mehr weg, aber aufholen. Ne, jetzt töten wir sie. Ey, die haben nicht mal uns aufgehalten, die Wichser, weißt du? Die waren so perplex, bei unserem Ninja-Style. Und das hat noch geklappt, ey, obwohl du Granate geworfen hast und die noch auf uns geschossen haben. Ach was, das war unser Ninja-Skill. Ninja. Nanya. Ah, shit, alter, schau ein Wichser mit seiner fucken Shotgun. Ach, Zila, obo, ich hab getötet, aber egal, ich hab einen getötet und den da unten. Ich werde die ganze Zeit voll Shotgun. Es hat auch noch geklappt, ey. Ich hab ja mal richtig draufhauen, wie du grad drüber laust. Na, da zünden, zünden, zünden! Ich muss noch ein Letztes die Vier legen und dann muss ich weggehen und zünden. Aber hier, was haben wir so am Arsch, so. Und ich hab eine 0,4, 3, 7, 5. Wir haben sie gefickt, ah ja. Und noch Verdienstabzeichen bekommen, jawohl. Wie ich aber über den Sand drüber laufen noch schnell das Letztes, ich will, ich hab die ganze Zeit gedrückt hab, ey. Okay, das ist ja nicht legt, die Scheiße viel. So, kann man verlegen. Kann man verlegen? Das ist ja nichts mehr los, da alles tot. Wir können nach Akan Data Hub. Nehmen wir mal grad einen. Naja, das sind ja 100%. Das ist gangweilig. Das ist ja teiliger. Ich kann nirgends wo spawnen. Ah. Ich hab auch nicht richtig. Soll ich dich spielen? Ah, jetzt kann ich mich verlegen. Äh, ja, wir sind keine Gegner. So was kennst, wenn nicht aller. So Ninja, Ninja Style. Inher eben verlieren Wall-Wide, aber können wir nicht spawnen. Ja, es ist wirklich nur das. Wayne White. Können wir nicht spawnen. Warum kann man ja eigentlich BAS nicht verteidigen mehr? Weil... Weil... Man eh auch mal Poxen. Spawnsystem einfach scheiße ist. Ja gut. Aber ich sag mal, ja, jetzt eine halbe Stunde aufgenommen, ich würde sagen, das reicht auch mal für heute wieder. Juh. Gut. Ja, 0,3. Nö, was hab ich? Äh, mal gucken. Was sieht man das? Keine Ahnung. Tab, drücken. Tab, tab. 716. 04375, weil leckt mich da. Was macht er, wenn man mal Gesamt-KD macht? Äh, statistisch. Ja, wegen 0,7. Also 1,053 immer noch. Perfekt. 11.000 Kills, 11.993 Kills und 11.100... Äh, 11.391 Tode. Ha, ha, ha. Ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Tschö. Dülü. 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 Dülü.